Morgen zusammen, oder Mittag haben wir jetzt ja schon inzwischen. Ich möchte gern was über Versionierung mit Postgis erzählen. Eine Sammlung von Funktionen auf der Datenbank, die entstanden ist, als in Solothon ein Projekt initiiert wurde, bei dem Nutzungszonen-Daten erfasst wurden, einerseits von mehreren Personen gleichzeitig und andererseits zeitlich nicht synchron. Das heißt, es wurden Daten vorbereitet, die erst zu einem bestimmten Zeitpunkt, und das werden auch heute noch Daten vorbereitet, die zu einem bestimmten Zeitpunkt erst rechtsgültig sind. Das heißt, diese Daten werden ein halbes Jahr lang bearbeitet, korrigiert. Bei Raumplanern ist das immer so, da wird vor- und zurückgeschoben. Und an einem bestimmten Tag sollen die rechtswirksam sein und in dem Moment der Rechtswirksamkeit, also sprich der Publikation im Amtsblatt, sollten diese Daten dann auch zeitnah öffentlich verfügbar sein. Daraus ist ein System entstanden, was dann auf generische Basis aufgebaut worden ist, was letztendlich diese Versionierung ist. Versionierung braucht man dann, wenn konkurrenzierend gearbeitet wird. In dem Fall der Raumplanung ist das so gewesen. Man muss sie nicht benutzen, man kann auch zehn Leute zusammen an einem Layer bearbeiten. Und nur ist dann das Problem, wenn zwei Personen das gleiche Objekt bearbeitet haben, der letzte gewinnt und alle anderen Änderungen sind weg, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, warum jetzt an einem Objekt zwei unterschiedliche Änderungen vorgenommen worden sind. Das Entscheidende ist, einerseits möchte ich jetzt hier heute das PGVS, das Versionierungssystem vorstellen, was auf der Datenbank läuft und dazu dann ein Plugin, was unter Kugis realisiert ist, was dann den Zugang zum PGVS einfach macht für die Anwender. Also das Ziel der Versionierung ist, gleichzeitiges Bearbeiten eines Postgis layers durch mehrere Benutzer, konkurrenzierende Objekte erkennen, also sprich, ein Objekt wurde von zwei verschiedenen Benutzern bearbeitet, und Konflikte lösen zu können mit dem System und unterschiedliche Versionsstände einzelner Benutzer behandeln zu können. Also hier am Beispiel, Benutzer 1 bis Benutzer N, bearbeiten, checken out, committen, holen sich Daten, bearbeiten, Versionen. Also eigentlich nichts anderes als ein Sub-Fersion oder ein Git-System. Wo finden Sie Informationen dazu? Die Dokumentation dazu finden Sie einerseits unter Capasys.ch und im Plugin selber, das zeige ich dann gleich noch. Die Logik des PGVS ist ausschließlich in der Datenbank realisiert, das heißt, Sie können mit jedem Client, ob das P-SQL ist, auf der Kommandozeilenebene oder mit anderen GIS-Clients, webbasiert, wie Sie wollen, können Sie die Versionierung nutzen. Das Kugis-Plugin ist eigentlich nur ein Client von vielen möglichen Clients, die auf PGVS zugreifen. Also die Logik ist in der Datenbank realisiert, ausschließlich. Die Versionierung hat, ich habe jetzt hier eine Reihe von Funktionen, die neu hinzugekommen sind. Aufgezählt sind nicht alle, es sind noch verschiedene weitere Funktionen, die für das Management des Systems notwendig sind. Aber das sind die entscheidenden Funktionen. Sie müssen die PGVS-Umgebung für einen Layer initiieren. Sie können committen, Sie können Konflikte lösen, Sie können zurücksetzen, die Log-History anzeigen und ein Rollback machen. Das kommt da im Detail noch drauf jetzt. Was muss man machen, um PGVS zu nutzen? Man muss das erstmal in der Datenbank selber initiieren. Also einrichten, die Funktionen einrichten. Dazu wird dann ein neues Schema angelegt, in dem die Funktionen abgelegt sind. Und das Schema heißt Versions. In dem Schema sind verschiedene Metadaten, Metatabellen untergebracht und Log-Tabellen, die für die Versionierung zuständig sind. Wenn Sie das mit dem Kugis-Plugin machen, wird das automatisch gemacht. Wenn das Plugin geladen wird und stellt fest, dass auf der Datenbank, die Sie angegeben haben, kein PGVS vorhanden ist, können Sie das über das Plugin automatisch installieren. Auch Upgrades und Versionsänderungen von dem System selber werden über das Plugin gemanagt. Dann muss der Layer selber, den Sie als versionierten Layer haben wollen, in das Versionierungssystem aufgenommen werden. Das heißt, es müssen für diesen Layer die Metatabellen angelegt werden, die Log-Tabellen und so weiter. Am Schluss arbeiten Sie dann nicht mehr mit der Tabelle, sondern mit einem View. Und über den View wird es ausschließlich gearbeitet. Das sieht dann so aus, dass der Gieß-Client kommt, auf einen View zugreift. Der View repräsentiert eigentlich diesen versionierten Layer, das sehen wir gleich auch. Und mit dem View sind verschiedene Trigger und Rules verbunden, die dann letztendlich die Versionierung managen im Hintergrund. Und vor allen Dingen, was wichtig ist, die Sicht des einzelnen Users auf seinen Datenstand realisieren. Also es ist nicht so wie bei Subversion zum Beispiel, dass man eine Kopie zu sich holt oder gibt. Eine Kopie der Version lokal hat und dann erst die Änderung zurückspielt. Sondern es gibt keine Kopie, es wird nur die Änderung geloggt von dem jeweiligen User. Und das passiert auch alles in diesen Versionierungstabellen. Was jetzt vielleicht noch ein paar Worte zu den einzelnen Funktionen. Also die PGVS-Commit-Funktion, die wird aufgerufen über ein normales SQL-Statement. Man gibt den Tabellen- und Schema-Namen an, das ist klar, und eine Log-Message. Damit werden meine Änderungen, von mir als User, ich, ich zeige das gleich, werden in die Versionierung gespielt, also committed. Und dann dadurch für alle Anwender wieder sichtbar. Das Ergebnis ist nichts, wenn alles gut ist. Oder eine Liste der Objekte, die im Konflikt zu Objekten meiner Objekte zu gegnerischen Objekten stehen. Also Objekten, die von einem anderen User bearbeitet worden sind. Wenn ich einen Konflikt habe, muss ich diesen Konflikt lösen können. Die Information, die ich brauche, bekomme ich als Ergebnis, als Records von meiner PGVS-Commit-Funktion. Ich bekomme die Record-ID und den Username der konfliktbehafteten Objekte. Und die kann ich mit PGVS-Merge mergen. Das heißt, ich muss mich mit meinem Gegner oder meinen Gegnern absprechen, welche dieser Objekte jetzt der Wahrheit entspricht, oder was man im Schluss committed haben möchte. Das ist immer so, das ist auch bei Konflikten im Source-Code-Versionierungssystem so. Man muss miteinander reden. Und das kann man tun und entscheiden, welches Objekt jetzt letztendlich wirklich committed werden soll. Und das macht man mit PGVS-Merge. Und das ist dann der Stand der Version. Man kann auch Änderungen zurücksetzen. Das ist auch praktisch. Man muss die Versionierung nicht unbedingt dazu verwenden, um konkurrenzierend zu arbeiten. Man kann zum Beispiel auch einen Layer nehmen, den versionieren und dann darauf experimentieren und machen. Man kann auch, wenn man zum Beispiel große Veränderungen vornimmt, über die Versionierung erstmal einen Testlauf laufen lassen und sagen, gut, ich verändere 100.000 Polygone über ein Skript oder über irgendeine automatisierte Funktion, schaue mir das Ergebnis an, stelle fest, das ist nicht gut, mache ich einen PGVS-Revert und setze wieder den Zustand auf den aktuellen Head-Zustand von meinem Repository zurück. Also ich kann meine Veränderungen jederzeit wieder zurücksetzen, meine eigenen, ohne dass ich jetzt das Repository damit berühre. Ich kann also bearbeiten, wie ich lustig bin. Man kann auch ein Rollback machen, man kann sagen, gut, ich habe jetzt committed, war jetzt Käse, möchte wieder zurück auf meine Version vorher und setze einfach das Rollback auf die Version und damit wird die Version als neue Head-Version gesetzt. Das heißt, ich bin dann wieder aktuell, habe also meine misslungene Veränderung, ich sage das mal so, wieder entfernt. Die ist da, die ist nach wie vor da als Version, aber ich habe sie wieder zurückgesetzt und für alle Anwender und alle weiteren Benutzer ist wieder die neue Head-Version sichtbar. Dazu muss man die Version kennen. Dafür gibt es ein LogView, die Funktion LogView, die alle Commits, die zugehörigen und zugehörige Log-Einträge auflistet. Alles auf der Datenbank, alles SQL-Statements und dann kann ich eben sehen, welche Version, welche Versionsnummer, warum, wieso, weshalb ich zum Beispiel Rollbacken möchte. Ich möchte Ihnen jetzt mal das Ganze leibhaftig zeigen und zwar jetzt in Verbindung mit dem Quantum GIS-Plugin. Ich möchte ein neues Projekt machen, ich werde einen Layer versionieren, werde den bearbeiten, werde einen Konflikt erzeugen zwischen zwei Personen, werde Ihnen zeigen, wie man den Konflikt mit dem Plug-in lösen kann. Das Plug-in benutzt nur die PGVS-Funktion. In dem Plug-in selber ist keine Logik sonst. Ich werde über das LogView Ihnen zeigen, wie man die Version verwalten kann. Ich kann einen Checkout machen und ich kann einen Rollback machen zu einer bestimmten Version. Was das der Unterschied ist, werden Sie dann gleich sehen. Jetzt muss ich hier mal meine Cookies starten. Ich habe ein leeres Cookies und lade erstmal aus der Datenbank einen Layer, der als User Hardus geladen wird. Ich nehme hier die Roadlines, das ist eine ganz normale Poskies-Tabelle. Ups, ne, da ist es. Das ist eine ganz normale Poskies-Tabelle. Das ist jetzt ein bisschen blöd von der Farbe her. Jetzt setze ich die Farbe schnell anders. Hier haben Sie jetzt Linien, die ich aus der Tabelle als User Hardus geladen habe. Irgendwelche Linien, spielt keine Rolle was. Ich werde diese Linien jetzt in den versionierten Zustand versetzen. Ich habe das Plug-in geladen. Sie können das Plug-in in der Datenbank, im Menüpunkt Datenbank enthalten. Und wir bekommen einen Toolbar, der hier hinzugesetzt wird, der mir die wichtigsten Funktionen anbietet. Also ich habe den Layer Roadlines, möchte den jetzt in den versionierten Zustand setzen. Ja, ich bin sicher, dass ich den Layer Public Roadlines versionieren möchte. Das ist jetzt passiert. Im Endeffekt ist jetzt die PGVS-Init-Funktion aufgerufen worden im Hintergrund. Es sind jetzt sämtliche Tabellen angelegt worden. Der View ist angelegt worden, die Triggers sind angelegt worden. Alles ist auf diesen Layer angepasst worden. So, das ist nervig. Kann man das ändern? So, den muss ich jetzt entfernen, weil ich habe jetzt den Blick auf die Tabelle. Um einen versionierten Layer zu bekommen, muss ich den über das PGVS-Plugin laden. Ich habe hier eine Datenbankverbindung, verschiedene. Ich nehme Local Hardus und sehe jetzt hier meinen versionierten Layer Public Roadlines. Das ist die Sicht auf die Sicht. Das ist der View, der dahinter steckt. Den lade ich und bekomme jetzt den View. Das ist ganz wichtig, weil der View gibt mir jetzt nur noch das an, was ich geändert habe und das, was im Repository steht. Wir haben ja nichts geändert, also ist das jetzt die Sicht auf die Tabelle. Jetzt gehe ich her und bearbeite diesen Layer. Das kann ich machen. Zum Beispiel, ich nehme diese Linie hier und schiebe den mal da oben hin. So, jetzt habe ich eine Veränderung gemacht. Ich speichere das und ich sehe oben in dem Namen des Layers, der ist bearbeitet. Der entspricht nicht mehr dem Head von meinem Repository. Das sehe nur ich. Gut, ich habe das jetzt gemacht. Jetzt schmeiße ich den Layer mal raus und gehe jetzt als User Pete ins Spiel und lade die Roadlines wieder und der User Pete sieht die Roadlines wieder aus dem Head. Der sieht meine Veränderung noch nicht, weil ich die noch nicht committed habe. Das ist wichtig, darum muss man Diversionierung haben. So, der User Pete macht auch was. Der bearbeitet jetzt auch was. Und zwar das gleiche Objekt, um einen Konflikt zu erzeugen. Den da hin. Der macht das und verändert den noch. Haben wir einen anderen Zustand vom User Pete. Ich speichere das. Und habe auch hier ein Modifiziert stehen, was vorher nicht da stand, weil der User Pete ja jetzt erst eine Modification gemacht hat. So, und jetzt kommt der Konflikt. Jetzt kommt der andere User wieder und committed jetzt. Noch haben wir keinen Konflikt. Jetzt haben beide irgendwas gemacht. Der dritte User kommt, der sieht wieder den Zustand vom Repository und nicht das, was Hardus und Pete geändert haben. Also entferne ich den Pete wieder, komme jetzt wieder als Hardus. Hole die Roadlines. Sehe meine Sicht natürlich wieder, die ich vorher hatte, die Veränderung von Hardus und die committe ich jetzt. Also spiele die in die Head-Revision rein. Das mache ich mit der Änderung einpflegen. Funktion muss ein Log eingeben. Das verlangt die Funktion auch. Mein Konflikt vorprogrammiert. So. Oder was auch immer. So, das ist erfolgreich übertragen. Jetzt ist hier oben kein Modified mehr zu sehen, weil das jetzt ja wiederum dem Zustand im Repository entspricht. Also wenn ein dritter User jetzt kommt, sieht der dritte User diesen Zustand, den ich jetzt gerade committed habe. Jetzt kommt der User Pete wieder. Ah, der ist jetzt fertig mit der Arbeit. Sieht natürlich wieder nur das, was er gemacht hat. Der kennt den Zustand noch nicht. Das ist auch wichtig so. Und das Committed User Pete auch. Scheiße. Da haben wir einen Konflikt. Jetzt ist da jetzt quasi grafisch im GUI dargestellt, was die PGVS-Commit-Funktion zurückliefert. Die liefert nämlich auf der Datenbank zwei Records zurück, die genau diesen Konflikt darstellen. Und der ist hier grafisch dargestellt. So, jetzt möchte ich wissen, was was ist. Also Pete hat da was gemacht. Der Hardus hat was gemacht. Das kann ich die einzelnen. Müsste ich eigentlich können. Müssten jetzt farblich anders aussehen. Das ist interessant. Also ist jetzt nicht. Gut, ich habe jetzt die zwei Records, die verändert wurden von Hardus und Pete. Und jetzt müssen die beiden miteinander reden. Weil diese eine Linie, und das ist die, wenn ich hier mal rauszoome, das ist genau die. Die andere, die Pete verändert hat, die steht ja nicht im Konflikt zu einem anderen, dem Commit vorher. Das ist nur die eine Linie, die beide bearbeitet haben. Nun muss man sich entscheiden, welcher hat jetzt recht. Selbstverständlich hat Hardus recht. Das ist klar. Das ist die Revision 1. Die ist ja schon committed. Also muss ich den Kandidat hier oben auswählen. Hardus hat am 21.03. um 11.45 Uhr und 10. Das ist das 10 Sekunden. Diesen Commit gemacht. So, also Konflikt auflösen. Und jetzt ist das Ding auch committed. Das muss Pete natürlich auch noch einen Kommentar eingeben. Und da schreibe ich, Hardus hat immer recht, zum Beispiel. So. Okay. Erfolgreich übertragen. Fenster zu. Modified weg. Und ich habe den Zustand, wie er jetzt einvernehmlich mit Pete und Hardus erreicht worden ist. Nächster Punkt ist das Reward noch, was ich zeigen will. Hier, das ist die nächste Funktion. Jetzt kommt der User wieder her und macht was. Oh, ganz viel. Baut da jede Menge um. Dann noch was. Und speichert. Und stellt jetzt fest, nee, das ist doch alles nichts. Also machen wir das wieder rückgängig. Jawohl. Und ich bin wieder auf Version 2 eingestellt. Das ist die Head-Version, die im Repository liegt. Woher weiß ich das alles? Klar, habe ich gerade eine Messagebox bekommen, aber ich habe den LogView auch. Und der LogView zeigt mir jetzt die Version an. Zwei haben wir. Zweimal hat Hardus committed. Hier hat Pete committed und festgestellt, dass Hardus immer recht hat. Und bei der ersten Revision, die hat Hardus committed. Und das können jetzt beliebig viele Committer sein, natürlich. Es können Hunderttausende sein, wenn es sein muss. Oder sein soll. Und wir haben jetzt da eine schöne Übersicht. Was ich jetzt machen kann, ich habe zwei Möglichkeiten. Ich kann jetzt zum Beispiel hergehen und sagen, ich möchte die Revision 1 aber wieder haben. Aber nicht im Repository zurückgesetzt, sondern nur für mich. Also eine Historie zum Beispiel. Und dann hole ich mir die Revision 1 und lade die als Memory Layer. Lade die als Memory Layer. Ist sie da hinten irgendwo? Nee. Lade mir die als Memory Layer. Nochmal. In mein Cookies Canvas. So. Da ist die Rotlines Revision 1. Oder die Revision 2. Im Repository habe ich nichts geändert jetzt. Das ist ausschließlich bei mir jetzt lokal ein Checkout einer bestimmten Revision. Oder aber ich sage, nee, diese ganze Änderung, der Piet ist ein blöder Hund, das ist alles gar nicht richtig, was der gesagt hat. Ich möchte gerne die Revision 1 auch wieder in die Head-Revision haben. Dann wähle ich die Revision 1 aus und mache ein Rollback auf die Revision 1 und bekomme eine Revision 3. Die jetzt der Rollback auf Revision 1 ist. Das ist jetzt so das Konfliktmanagement gewesen. Wie gesagt, Sie können auch für sich beliebige Zeitstände auch so archivieren. Man kann relativ viel elegante Sachen machen auf die Art und Weise. Da ist Ihrer Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt. Wie geht es weiter mit dem PGVS? Was in Arbeit ist, ist ein Differenzenmonitor, dass man also die Unterschiede zwischen zwei Versionen anschauen kann, wobei die Versionen über Datum, über die Revision-Nummer oder über was weiß ich was alles auswählbar sein sollen. Es ist in Arbeit, Tag-Versions zu machen, Branches. Das ist auch was, dass man eine Version herauslegen kann. Das ist ein Stand 2010, was weiß ich zum Beispiel. Und wenn man Branches macht, muss man auch Branches merchen können. Das ist auch in Arbeit, dass man also auch den Branch, den man vielleicht bei einer Entwicklung, Planung und so weiter macht und dann wieder in den Head zurückspielen möchte, das ist auch ein Thema, was in Arbeit ist. Wann das kommt, das steht in den Sternen. Das hängt auch davon ab, wer da mehr haben will und das auch entsprechend finanzieren möchte. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Sie haben gemerkt, das ursprüngliche Thema Offline-Editing ist jetzt nicht mehr gekommen. Einfach, weil es zu viel war. Aber das können Sie sich dann noch anschauen. Man kann das sehr gut verbinden, das Ganze natürlich auch. Danke schön. Danke schön.